Wo sind wir jetzt vor? Glaube? Glaube, wir sind irgendwo an einem Fels. Ja! Ah, ich weiß, wo wir sind. Okay, hier unten ist das Dorf. Hier ist dieser komische Canyon. Oder? Das ist doch das Ressort hier hinten irgendwie. Oder bin ich doof? Nee, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Doch. Ja, da ist das Ressort. Ich weiß auch, ob wir überhaupt nicht mehr DMC spawnen sind. Also hier kann sich jeder die ganze Zeit wegsnipen. Ach, hier ist das Dorf, ja. Ach, hier ist das Dorf, ja. Was? Ach, Mist, wir hätten oben noch ein bisschen an Felsen langrennen sollen. Oh. Ich dachte, ich kann mir auch in ihrem Saal helfen. Alter. Die Roaks sind schon wieder pissig. Aber nicht auf uns. Nee. Die Jungs schöpfen schon wieder aus dem Vollen. Komm, Beutel, lass uns zur Shoreline rüber gehen. Hier ist es mir zu brandheiß. Hier ist zum Beispiel ein Exit hier hinten. Pass to Shoreline nennt sich das. Du musst jetzt hier noch ein bisschen weiter rechts rüber gehen. Das merke ich mir nie. Na, guck, da hinten ist Shoreline. Guck mal hier. Ach, hier. Siehst du das drüben? Die Hütten, das ist, das ist. Warte, echt? Kann ich mal? Ja, komm, bleib drin. Lass mich nicht allein. Hinten pushen. Pushen. Nee, wollen wir pushen oder wollen wir lassen? Können auch lassen. Aber nicht, dass er uns dann in den Rücken schießt. Ja, wir laufen rückwärts wie die Männer. Und dann schießt uns einer von hinten. Ich sehe bloß nicht, wo ich hinlaufe. Ins Minenfeld rein. Ja, der ist von hinten gekommen, glaube ich. So kreuzen sich die Wege der Tarkovspieler. Oh, Beutel, das wird jetzt. Oh, ich traue es mir gar nicht zu sagen. Hast du Geld mit? Nee. Ich auch nicht. Scheiße. Oder? Warte. Doch. 10.000 Obel. Das ist gut, weil dann erkläre ich dir, wie du zum Exit kommst. Hey, hey, Langer, grüß dich. Er verlorene Sohn ist zurückgekehrt. Mann, wie geht's dir? Beutel. Ja? Du kannst... Guck mal, siehst du da drüben den gelben Bus? Ja. Da lauf mal in die Richtung und versteck dich da hinter dem Felsen vorher. Also hier gleich bloß kurz rüber in die Richtung, hinter dem Felsen verstecken, dass dich keiner mit dem MK abknallt. Ich hab den Begriff aufgeschnappt. Sehr gut. Bist wieder motiviert? Ich auch. Ich hab hier, glaube ich, jetzt vier Wochen. Naja, jetzt doch am Montag haben wir das erste Mal wieder gestreamt. Und das war, glaube ich, seit vier Wochen das letzte Mal am 29. Juli. Olli! Grüß dich, Olli. Herzlich willkommen. Da ist er ja wieder. Ja! Und oh ja! Aber nicht mehr lange. Er stirbt bestimmt gleich den Heldenton. Gucke, wie du isst. Eben. Das könnte dein letzter Gucker gewesen sein. 18. Schieß doch hier unten aus der Halle, oder? Mhm. Du bist Rudi, oder? Komische Knarre. Komm mal einfach mit, Mats, du scheiß drauf. Echt? Ja. Na gut. Ich bin vorne hier im Gras. Was ist denn schon passiert? Zack, bumm. Hey, Schatz. Können ja auch auf dem Dach sein, die Rooks. Ja, ja, ja. Oh. Irgendwer hat geblabbert. Kann man hier durchs Fenster rein? Locals arrived. Oh. Oh ja, das ist ein Spieler. Look at the Rooks. Locals arrived, oder so. Das ist ein Rogue, aber. Warte, ich hab gerade aus der Halle Probleme. Warst du das? Nee. Okay, dann ist hier ein Spieler. Nee, das ist ein Rogue. Würde ich sagen, oder? Das sind doch die Rooks. Die sagen das. Bist du im Gang drin? Ja, ich bin hier. In dem. Ach, schuldig. Hinter mir. Ich trau mich nicht raus. Hier, oder was? Ich weiß nicht. Auf dem Dach, denke ich mal. Aber hier hat einer geschossen. Geschissen. Aber ich renne jetzt die Treppe hoch. Nee, nee. Nee, nee. Mach sowas nicht, Polter. Mach sowas nicht. Mach nicht so einen Lärm. Nein, die kommen runter. Okay, ich bin hier hinten in dem Raum. Ich schieße irgendwo dort hoch an den Zaun. Das heißt, die Spieler sind wahrscheinlich auch irgendwo dort an dem Zaun oben. Also, ich glaube, hier sitzt keiner am MG. Nee, an dem MG sitzt keiner. Ja, schießt. Boine, du bist jetzt wahnsinnig lebensmüde, Alter. Komm rein. No risk, no fun. Tote haben auch nicht besonders viel Spaß. Warte mal. Ich laufe jetzt da rüber, Boine. Warte schnell noch einen Painkiller reinzwitschern. Sag meiner Familie, ich hab's ihr lieb. Folge dir in den Tod. Ehrlich? Ja. So, ein guter Mann. Kann man ein bisschen... Hier an den Container rein. Hören wie. Okay, kein Schuss auf uns. Warte. Oh, da ist ein Spieler. Ich glaube, da drinnen rammelt ein Spieler rum. Das muss auf dem Dach oben sein. Meinst du? Warum hat denn der andere mit... War das ein MG-Krant, was geschossen hat, oder ein normaler Spieler? Ich glaube, ein MG. Nee, ich glaube, hier ist ein Spieler drinnen in der Halle, oder? Ey, Beutel. Ja? Gib mir mal ein bisschen Cola. 5000. Dann schmeiß dir mal meinen Rucksack hin. Dann können wir nämlich hier bis zur letzten Sekunde ausharren. Und dann mit dem Bus rausfahren. Oh. Danke. Geil. zwei du bist links oder rechts? ich bin links bleib unten, bleib unten, musst nicht hochkommen jetzt müssen wir den selben weg eigentlich zurück rennen, Beule hier gerade oben in den Büros gibt es hier eigene Schlut? keine ahnung ich halte mich hier nie länger auf als nötig komm Beule, lass uns abhauen wo bist du? weinst du? ja, komm runter hast du ein Duffelpack aufgemacht? nö, und hinter dir? Duffel in unseren scheiß Container rein die sind auf dem Dach alter hinter mir ist was gestorben ja, da drüben sitzt ein Sniper im Gebirge, da hat ein Rock abgeknallt naja das ist zwar gut von dem Sniper aber ich hoffe er knallt uns nicht ab bitte? ja lass ihn laufen, lass ihn eindeutig Spieler denke ich auch rennt weg ja er rennt hoch ah, der ist grad drinnen was, der ist drinnen? ja, dann ist die Treppen, glaube ich, hoch gerannt dort, wo wir grad waren ja, jetzt kommt er wieder kein Muchs kein Muchs kein Muchs kein Muchs noch einer kann es ruhig sein ganz ruhig sein wir hören anscheinend nicht zusammen ne, ne, glaub ich auch nicht ich glaub die hauen sich grad gegenseitig die Kugeln um die Ohren ich weiß nicht, der eine sitzt ich weiß nicht, auf wen der da drin geschossen hat aber der eine ist doch hier bloß die Treppe kurz hoch, oder? Achtung, Achtung was treibt denn die da? ich weiß es nicht was treibt denn die da? Häh, es sind zwei verschiedene Schallgedämpfte Hä, es sind zwei verschiedene Schallgedämpfte Mann, können die sich nicht alle verpissen? wir haben die Dokumente ach, wie lustig ist jetzt der auf dem Dach ah, du kannst hier außen die Treppe hochrennen glaube ich ja, ja wir müssen mucksmäuschen still sein wir müssen mucksmäuschen still sein hier unten stopfen ja einer ist glaube ich weggerannt ich weiß nicht ich dachte einer ist auf dem Dach, einer ist hier unten ne, einer ist jetzt also mein Kopfhörern ist der weggerannt aber der andere ist wenn du grad stopfen würdest ja ah ja dass wir drinsitzen da ist da ist pssst 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 ab wir fangen auf copse Die sind noch da. Vielen Dank. Vielen Dank. Hm. Was laufen? Ob der das hört? Keine Ahnung, ich nehme jetzt Penkeller und renne rüber zurück in die Halle. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Es folgt mir einfach. Komm einfach mit. Jetzt springen wir hier zum Fenster wieder raus. Ja, Dark Knight. Wir sind schon auf dem Weg. Wir müssen... Was ist denn das? Was ist denn das? Sag mal, was ist denn das? Oh, geil. Nehm ich, sie retten die Party vor der liegt. Okay, greif zu. Meine größte Angst-Quest eigentlich, glaube ich, war das bis jetzt so. Die hat mich am letzten Vibe total zum Wahnsinn getrieben. Da habe ich zehn Anläufe gebraucht, glaube ich. Zehn oder elf Stück. Krass. Mhm. Beutel! Wir sind raus! Ja! Und ja! Und oh ja! Mero! Ja! Geil! Hurra! 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 Ich habe heute noch nicht einen Schuss abgegeben. Hahaha! Oh, geil! Ja!